kommt näher noch näher heute basteln wir diese halloween krallen ich wünsche euch viel spaß dabei alles was ihr braucht ist ein normales din a4 blatt und los geht's und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020